Und wie immer gibt es natürlich auch diesmal eine fette Bestrafung WOOOOOW Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag Leute! Damit haben wir noch einen Herzen Willkommen zu einer neuen Folge von WER KANN HÖR STÄÄKER SCHNELLER WEITER Da das letzte WER KANN Video so gut bei euch ankam mit 94 Daumen nach oben Wird es uns natürlich freuen wenn wir diesmal vielleicht sogar die Die 100 knacken Genau Freunde, also vergewaltigt den Däumchen nach oben Button Da ihr uns da so viele Challenge-Vorschläge in die Kommentare geschrieben haben, haben wir uns dann ausgesucht und zwar vom lieben Lars von dem Escher. Und zwar schreibt Lars, wer kann länger wie Luft anhalten? Dafür haben wir uns folgendes überlegt, wir nehmen diese zwei Schüsseln, ist mit Wasser gefüllt und werden da unser Gesicht reintunken und der natürlich länger unter Wasser bleiben kann, gewinnt, Freunde. Ja. So Leute, und wie immer gibt es natürlich auch diesmal eine fette Bestrafung, die immer unendermaßen zeigt. Genau, hier, wer mit dem Fellen kocht wird, auf den Arsch. Auf den Arsch, Leute. Ich hab jetzt schon Angst. So, dazu hab ich ne witzige Story aus meiner Kindheit, Freunde. Kriegst du auch schon ein bisschen rein? Und genau in diesem Moment, Leute, ist er dann an einem Keil, so knackig, runden Aprikosenährchen zerbrochen. Du sagst ja auch immer, übrigens. Nee, ist okay, machen wir mal. Alles war nicht mit Absicht. Ihr könnt auch wieder in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer dieses Ding gewinnt. Äh, Chris hat nur einen leichten, leichten Vorteil. Ich hab den O-Motor-Schein. Der hat den O-Motor-Schein. Der hat den O-Motor-Schein. Der hat den O-Motor-Schein. Bis zu 18 Meter tief kann ich tauchen, Freunde. Also für die Schüssel, dann reicht das grad so. Spassi. Da würd ich sagen, fang mal nicht weiter rum. Wir machen's wieder. Ready! Ich finde meine innere Ruhe. Ich und das Wasser werden eins, 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 eins. In diesem Sinne, Leute. Wenn euch die nächste Verkantschein euch gefällt und ihr wissen wollt, wer gewinnt und wer den Kochlöffel abbekommt, lasst euch den Daumen nach oben da. Hier geht's zu unserem letzten Video. Zehn Arten von Trinkern. Wenn ihr nichts von uns verpassen wollt, könnt ihr diesen Channel auch kostenlos abonnieren, Wir sehen uns dann am Sonntag mit dem nächsten Video um 16 Uhr. Also einschalten, Freunde. In diesem Sinne, Leute. Keulen schwingen nicht vergessen. Ciao!